einen wunderschönen guten abend und herzlich willkommen hier bei let's play the forest bei mir ist der ben wo ist er denn da ist er hallo ich seh dich immer noch nicht das spiel baut sich bei mir doch auf da bist du da jetzt aber wir wollen jetzt schon loslegen weil wir haben irgendwie halb elf oder so in der woche wir müssen jetzt noch ein paar folgen reinknippeln oder bei der und wir wollen in der folge oder nächsten beiden folgen die hürde da komplett erforschen und es gibt auch keine facecam jetzt die nächsten zwei folgen das ist mir einfach zu stressig jetzt gerade außerdem sieht der christ im moment so richtig scheiße aus es gibt so eine uhrzeit ob der wollte ihn nicht mehr sehen was mache ich eigentlich nach dem schmarrn ich weiß nicht schlaft ihn nach wo wollen wir hin da runter oder sollst du da runter hüpfen wo bist du ja runter gesprungen doch das ist ja nicht diese riesen höhle wie du sie meinst ist nur eine ähnliche das ist alles voller wasser auch gott das ist dämlich ja sorry das ist mir echt zu dunkel hier und jetzt tauchgeräte anziehen hier einfach rüberschwimmen ich mache dir ein bisschen licht hier mein freund das licht geht jetzt wieder aus ich habe ein bisschen hunger sich grad ich bin voll du bist voll ja und und hunger habe ich auch klein mein gott sage ich halt nichts mehr was jetzt davon alles gut dann ist gut damit mit dir reden macht kein spaß ja das sei doch ruhig jetzt auch nee wir sind falsch rumgelaufen scheiße wir müssten eigentlich runter auf der anderen seite hoch und dann da immer rum oh gott ja also wieder runter dann sagt er noch au weißt obwohl er im wasser landet ja wasser tut auch auf einer gewissen höhe wenn du von einer gewissen höhe runterspringst weil er von der höhe wenn du runter springst mit rucksack und allem ist der eh tot da kann wasser sein so viel wie wild da war es das einfach ja 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 jetzt waren wir die ersten drei minuten video versaut ich muss mich auch erstmal beziehungsweise du musst dich zurecht finden ich will mich da nicht zurecht hier drin ich würde mich gnadenlos verlaufen und allein zu spielen gehen also da geht es nicht gleich deswegen bist du eigentlich immer dabei er mag mich eigentlich gar nicht aber er kann es halt ohne mich nicht brauchen einfach nur zum navigieren genau weil er selber zu dumm ist zum spielen was ist da hinten verbraten noch mehr fackeln weißt du die verbraten ich ja nicht eigentlich noch mal du baust dir einen upgraded stick der ist unten ein close und inzwischen hebt das ding auch länger auch wenn du unter wasser sprengst es geht halt dann einfach nur aus oder hängt ja oder weil okay also follow me ja ich follow du dir so da vorne ist jeder höhlen ausgegangen soweit ich auch richtig in erinnerung hat es ist aber eng hier hei ach ja wir machen die folge jetzt so komplett durch ohne an und an und ab und genau so wie bei arg letztens das ist einfach viel warte mal da sparen wir uns halt zeit mit hallo und auf wiedersehen und so weiter wir schneiden das halt einfach zurecht in der mitte dass das einigermaßen flüssigen übergang gibt und dann wird das so quasi hochkladen so oh gott jetzt sind wir im großen loch jawoll ne oder doch ja gut aber hier ist ja hier sind wir der totenstille da ist auch hier diese limo box hat man hier nicht mal so ein dings hingebaut so ein speicher point der ist bestimmt schon kaputt der ist mit sicherheit kaputt aber limo ist gut und so flares in acht suppe ja flares sind da überall flares hat schon keine mehr fast also so gut wie keine mehr wahrscheinlich ist die keycard ist ja gar noch in der oberbeschissenen höhle da ganz unten hier ist übrigens noch ganz viel alkohol und medizin alkohol brauche ich eigentlich glaube ich gar nicht du brauchst immer deinen borscht vodka borscht borscht vodka und medizin ist schon besser ja egal ich bin voll die frage ist halt jetzt äh durch die höhle geht es wieder nach oben wenn wir mit der kletterext runter klettern und in ja wir müssen wir müssen alles erforschen wir wissen ja halt wo diese verdammte keycard ist ja aber ich glaube hier ist nicht mehr viel hülle warte mal ich geh jetzt mal da rein ja das kann auch das kann auch nicht mehr viel hülle sein weißt du ja hast du wieder recht aber hier ist schon gleich gar nicht viel hülle ja da geht es wieder hoch ja da geht es ja raus pass auf jetzt müssen wir erstmal wieder taufen ach ein liebiges ja ich bin halt echt mal gespannt wie lange wir brauchen bis wir das ding finden also hier geht es wieder raus oder was ja ja ich bin doch mal gespannt also da sind wir glaube ich schon zehnmal durchgelaufen durch den Bereich du kannst dir das nicht merken gell nee das ist so geil oh ne da ist ja das nächste sei verdammt ich frage jetzt mal nix mehr man 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 wann kommt eigentlich das nächste update raus äh ein tag und fünf stunden einen tag also haben wir quasi wenn wir das nächste mal aufnehmen äh haben wir eine neue äh haben wir ein neues update dann quasi ja genau hat ja das schon drin sein ja natürlich das geht ja eigentlich fast senkrecht nach oben da oben ist der Ausgang ich sehe die Sterne also die Hülle war es definitiv nett ich würde fast sogar sagen es wäre gescheiter wenn wir dieses Loch runterklettern ich wollte es gerade sagen ja und dann einfach weitermachen und da ist doch nicht die Hülle unter Wasser weißt wo es zu dem zu der Vault geht ja sondern die andere Höhle ganz unten wo wir quasi bei dem mit Eisentor reingehen am Eisentor reingehen? ja was meinst du genau? unten im Loch ist ein großes Eisentor was in der Höhle führt ach so da waren wir auch schon das ist auch eine saugroße Höhle oh da vorne rechts am Loch laufen Eingeborene sowas irgendwo ist mir gerade der rechte Arme eingeschlafen oh so ja wollen wir rune klettern oder was? was ist los? ich würde fast warten bis es hell ist weil du fällst eh wieder runter und stirbst ja Appel sterbe sterbe okay ähm ihr könnt ja Wetten abschließen ob er runter fällt und stirbt ich sag ja ை schon eine Stott runter fallen? äh keine gescheuert Warte mal, da drüben geht es glaube ich immer runter. Das nächste Mal, wenn du da bist, gehst du mit einem Riesenböcker aus. Ich kriege noch einen von dir. Ich kriege noch drei von dir oder so. Labernet. Lol, da sind die eingeboren. Okay. Warte mal, ich hol mir erstmal so einen Energy Mixi. Ich hätte halt fast wartet, bis es hell wird, oder? Ist auch schon fast hell. Geht nicht ohne. Hier, bei mir. Oh, die kommen, die kommen, die kommen, die kommen. Schnell, entweder runter oder kämpfen. Nein, ich glaube, die kommen nicht. Die trauen sich nicht her. Warte mal, Kletter-Axt. Okay, doch, die können, die können. Also hier geht es nicht runter. Lol, wie du dachtest, was das runter? Die können da nicht her. Ach, da drüben, da drüben, komm mit. Schnell, follow me. Sie kommen. Da, hier geht es runter. Auch nicht. Siehst du? Das war doch hier, oder? Haben sie das jetzt bearbeitet, dass man da nicht mal runterklettern kann oder so? Ich glaube, da unten war doch irgendwo Wasser, oder? Wollen wir da einfach reinspringen? Ja, da kommst du so nicht rein. Ja, was ist denn los? Das war doch hier, ne? Mit dem Vorsprung. Hier geht es nicht. Eigentlich ja. Da steht einer. Ja, ich habe es gesehen. Der kann nichts machen. Ja. Gell, deine Füße sind nicht für Steinboden gemacht, Kollege. Tschüss. Das gibt es doch nicht. Das ging doch da immer. Wahrscheinlich haben sie es echt bearbeitet, dass man da nicht mal runter kann. Ja, das müssen wir jetzt rausfinden. Ich finde jetzt erstmal raus, wie viel Blut der verliert. Geh her, du Sau. Alter, wie laut der brillt. Oh, oh. Was geht denn hier, ne? Ne, das ist doch immer da vorne gegangen. Was ist denn das? Gott, wie geht es ins Spiel? Ja, dann müssen wir halt durch die Höhle reingehen, wenn das nicht mehr geht. Ich meine, wir auch das ging da, wo du stehst jetzt. Ja, da ging es ja auch immer. Ja. Äh, Kollege? Hä? Komm mal hier hoch, ganz, aber ganz schnell. Äh, weißt du, wegen dem... Ja. Dingens da? Genau, wegen dem, ja. Wo sind sie es hin? In den Wald rein. Ah. Weißt du, da würde es mich halt jetzt immer noch interessieren, ob das Viech nicht einfach mal Vollgas in das Loch reinjumpt. Wir haben uns hier unten hinstellen, oder was, meinst du? Ja. Dann haut es mal her. Ich muss es erst mal finden. Schön. Okay, hier kommt es, es kommt, es kommt. Da ist es, ja. Okay, es hat uns gesehen. Ist das grau, oder was? Das ist grau. Nee, das ist Hautfarben. Echt? Ja, das ist rosa. Tatsächlich. Oh Gott. Huhohohoho. Hallo? Der saust eh das hier unten, der Hundepro. Nee, der traut sich nicht. Weil das ein Zweiger Schlappschwanz-Lotchen ist. Der ist ehrlich jetzt für was. Null. Er kann nicht rein. Guck mal, wie er da steht. Was ist denn das für eine Cut-Pratze? LOL Okay, er kann doch rein Okay, komm her, komm her, komm her Schönes Loch springen, springen immerhin Spring Spring halt runter zu mir, Mann Oder Frau, oder was auch immer Ich hau da wieder ab, weißt du? Ach so, er kommt Alter, was ist denn hier? Da ist noch, ja, oben stehen die Achtung LOL Tschüss Das Ding ist ja nicht runtergefallen Alter, hier ist doch noch irgendwo eins, oder? Hier ist doch noch irgendwo eins, ey Ich glaube, das krabbelt da unter uns an der Wand entlang Keine Ahnung, komisch ist das Lass mal schnell weg hier Oh Gott, ich komm nicht hoch Oh Gott Hier, bei mir Ah, ich bräuchte mal ganz schnell deine Hilfe Ja, warte Bin schon da Ich hab nämlich null Ausdauer, ich kann nicht schlagen Nimm so einen Energy-Mix So, jetzt Das Viech ist halt echt immer noch irgendwo da unten Ja, ne? Warte mal, ich schau mal von der Seite Oh, 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 hier ist ein DJ Bobo Da kommen noch drei Die DJ Bobo ist tot Ja, da sind noch ein paar Oh, oh, was? Gott, ey Oh Gott, ich finde Weißt, was sollst du produktiv sein? Wenn solche Hampelmänner hier rum tollen Wer ist denn? Geh her jetzt, du Bleib flacken So, du Kackssau, du Da vorne kommt schon wieder der nächste So ein größerer Fuck Komm her Ja, komm So Guck's auf die Fresse, Mann So, okay So, okay Also, wo ist jetzt dieses Ekel Da ist noch eine Was? Da kommt noch eine Ja, ja Hallo Die ist wieder aufgestanden Deine sind zwei sogar Ja, die sind wieder aufgestanden Aua, du blöde Stück Scheiße, Mann Weißt du doch nicht mehr alle, oder? Piss dich So, jetzt, so Gut Die schlubbelt halt echt da an der Stallwand rum, gell? Ja, ja Warte mal Schau mal die Taschenlampe raus Hier steht ein Bogen, Junge Hallo Warte Schieß mal die Flair rüber, dann sehen wir sie vielleicht Geht's Ich kann die Scheiße, hast du noch mit dir ausrüsten, was ist denn los? Jetzt ist sie weg, oder was? Hä? Ich hab sie Meine Taschenlampe ist weg Nein Warte mal Was ist denn mit Fällen, bitte? Da kommen schon wieder welche Hä, was ist denn los? Na ja, gut, dann müssen wir mal drauf rein jetzt Und dann gehen wir mal in die Hülle rein, dann Vor der anderen Seite halt Meine Schmeckler denken Wo war'n, wo war'n der Eingang? Ah, jetzt weiß ich's wieder Lass mal da hin schlubeln Den hauen wir nach Zamm und dann geht's los Halt die Floschen, Mann So Wo geh'n zu lang? Wie wird das letztlich reinmachen? Guck mal da hinten, guck mal da hinten, wer da kommt Lol Wollen wir ihn einfach umgehen? Der sieht uns nicht Ja, wir umgehen das Ding Also komm mit Ich kenn den Weg So viel zum Thema umgehen, wie alt ich Oha Hat dich gesehen Du warst zu langsam Komm, lauf Ja, 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 ja Einfach laufen Wenn du sie nicht anschaust, kannst du dich nicht sehen Genau Ich halt mir einfach die Augen zu, okay? So Ne, kommt aber auch nicht Oh ja, ich weiß auch, wie der Eingang ist Jetzt geh mal wieder in deine Lieblingshöhle Ja, ich hab eigentlich gedacht, das war die, wo wir grad drin waren Ne Aber stimmt, du hast recht Davon ist der Eingang Das ist die absolute Hasshöhle Auf der Haken ist ein Dumm Wollen wir mal kurz mal warten, weil ich hab keine Ausdauer mehr Beziehungsweise langsam laufen Der stürmt immer so vorne weg Ja, tut mir leid Der Jungspund Ich hab halt einfach viel mehr Ausdauer als wie du Ja Oh, mich juckt's in der Nase grad Steck da den Finger rein Ne Als sie sich das anhört Da ist deine Lieblingshöhle Juhu Ja dann Auf ins Gefescht Genau Gleich mal wieder Fackelbahn Und ähm Ursprünglich war ja hier Gleich am Anfang ein Mutant, gell? Ein Mutant? Ja Ein Dings, meinst du, oder? So ein Eingeborener Ne, da kam ganz am Anfang so ein Armsee Ja, was du noch weißt, alles Ich weiß aber nicht, ob der noch da ist Ich glaub, hier wohnt ein Metzger oder so Wieso nimmst du das ganze Geld nicht mit? Ähm, ich kann's nicht mehr tragen Wie, du kannst ja Geld mehr... Was machst du denn, oder? Wie, du kannst kein Geld mehr tragen? Wie, du kannst kein Geld mehr tragen? Keine Ahnung, der hat zwei Lasten bei mir Ist die Taschen schon so voll, oder was? Ja, weiß ich So Also wir müssen ja immer noch nach so einem Leichendingsbums ausschauen, ne? Ja, oh Gott, das ist ja laut Warte mal, das geht ja gar nicht Und dann geht das Oh, ja Da Ja 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 Ja